Hallo und herzlich willkommen bei EPIC. SHOT Show 2023 am Stand von MENTIS. Wir sind am Stand von MENTIS und haben uns das neue Blackbird X zeigen lassen. Das Blackbird X ist eine praktische Fusion zwischen dem Blackbird und dem X10. Wir haben euch beide schon mal auf dem Stand gezeigt. Somit könnt ihr mit dem Blackbird, das ja den Reset macht und dem X10 in einem Gerät trainieren. Das ermöglicht euch ganz neue Möglichkeiten. So könnt ihr zum Beispiel Bewegungsdrills machen. Ihr habt Analysen, wie ihr von einem Ziel zum nächsten wechselt, wie ruhig ihr das Gewehr dabei haltet. Und mit dem Laser habt ihr auch ein optisches Feedback, wo ihr trefft. Wir haben hier einen kleinen, oder MENTIS hat hier eine kleine Versuchsanordnung aufgebaut, mit der man das testen kann. Cool ist auch, dass ihr mit Tablet und Smartphone eine Kombination macht. Das Smartphone analysiert die Treffer, schickt sie an das Tablet. So müsst ihr nicht immer zum Tablet gehen, die Auswertung anschauen und könnt so trainieren, ohne euch aus eurem Stand wegzubewegen. Wiederholen, wiederholen, wiederholen. Wie man so schön sagt, ihr braucht das Muskelgedächtnis, damit ihr sauber schießen könnt. Und da eignet sich nichts besser als Trockentraining. Ja, MENTIS wird das Blackbird X, das es derzeit nur für die AR-15 gibt, im Laufe des Jahres noch für andere Plattformen herausbringen. Unter anderem AK, SCAR, MP5 und auch für die AR-10 Plattformen. Das Blackbird 10 ermöglicht euch in der bestehenden MENTIS App auch ganz neue Drills. Zum Beispiel den Boxdrill, den wir ausprobiert haben. Das Ziel dabei ist, zwei unterschiedliche MENTIS-Scheiben zu nehmen und zwei Schuss in die Brust, zwei Schuss in die nächste Brust, einen Schuss in den Kopf und in den nächsten Kopf. Für uns zu Hause in Deutschland natürlich nicht trainierbar. Wir können da einfach Ziel-Transition machen. Es gibt ganz viele unterschiedliche Drills, die ihr damit machen könnt. Das funktioniert nur mit MENTIS-Scheiben, aber die könnt ihr euch frei herunterladen, die könnt ihr euch ausdrucken. Wichtig sind die QR-Codes, damit das System analysieren kann, wo ihr unterwegs seid. Für die Leute, die MENTIS noch nicht kennen, es ist ein Trefferaufnahmesystem. Es analysiert mit Gyroskopen auch eure Bewegungen, damit es euch immer einfangen kann, damit ihr lernen könnt, damit ihr nicht immer jemanden braucht, der auf eure Schüsse schaut. Natürlich ersetzt das nicht den scharfen Schuss, aber 90% Trockentraining, 10% scharfes Training ist sehr gut für euch. Schaut auch gerne unsere anderen MENTIS-Videos an. Wir schauen, dass wir das Blackbird X mal ranbekommen, damit wir euch auch einen detaillierteren Test zeigen können. Auf der Messe ist das natürlich immer nur schwierig mit diesen Zeitproblemen. Schaut in unseren Blog, da gibt es noch weitere Details und Nahaufnahmen. In Deutschland bekommt ihr die MENTIS-Systeme bei 1 MOA GmbH. Schaut dort gerne mal vorbei. Was Trockentraining angeht, ist das immer eine super Adresse. Denkt daran, die Glocke zu klicken. Abonniert den Kanal. Lasst ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Stand. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017